Hallo, ich bin Tom Owens, komm und mach den 4 Trails, es ist ein tolles Rennen. Hallo, ich bin der Philipp, ich bin zum ersten Mal dabei. Bei den 4 Trails ist es auch die erste Auflage, ein super tolles Event. Es wird auch der Mini Transalpin genannt, aber so mini ist es gar nicht, es sind auch 4 Etappen, mit insgesamt fast 160 Kilometern und 10.000 Höhenmetern und es war der Wahnsinn. Es ist ein tolles Event, wieder super organisiert und einfach die Läufergemeinde ist einfach total nett. Einfach die Gemeinschaft auch während dem Laufen und mit nächster auf jeden Fall wieder stark. Ich weiß nicht, dass wir das in Deutschland sind. Ich weiß nicht, dass wir das nicht. Go! 4 Trails go! Hi, ich bin Frosty Frost von Salomon TV, hier mit Julia. Ich bin Julia von Deutschland. Hallo! Wir haben gerade die 4 Trails, es war ein ziemlich schweres 4 Tage, nicht? Ja, wir haben es nicht so schweres. Es war viel schwerer als die Transalpin run, würde ich sagen. Long days, hard days, a lot of climbing. A lot of sun, a lot of sunburning. A bit of rain. A lot of talking. Ja, wenn ich mit ihr. Weil normalerweise sie einfach weg und ich habe nie gesehen. Aber heute haben wir ein schönes Run-slag auf den Mountains. Wir haben heute 2,700 Meter, wo es absolut nicht mehr zu breathieren war. Nein, es war wirklich steep. Wir einfach nicht wissen, warum wir das gemacht haben. Nein. Nein. In der letzten 8K, ich war wirklich glücklich, dass sie mit mir mit ihr, weil ich war einfach ein bisschen hiking war. Wir brauchen uns heute. Ja. Und die beste Sache war die Frühstück heute, eigentlich. Das war die beste Diner, wir hatten. Ja. Und die band spielen? Das ist fantastisch. Ja. Anything else? Ja. Ich werde definitiv wieder zurück im nächsten Jahr. Ja. Ich bin nicht sicher. Vielleicht. Es wäre toll, wenn wir mehr Leute haben. Also, ihr solltet ihr kommen. Ja. Ja. Es ist eine sehr schöne Trail-Running. Es ist eine sehr schöne Trail-Running. Es ist eine sehr schöne Trail-Running. Ja, ich bin der Stefan. Wir sind jetzt im Zielort in Samnauen von den Salomon 4-Trails. Es ist gerade die vierte und letzte Etappe zu Ende gegangen. Es war ein hervorragender Event von Plan B organisiert. Ähnlich wie der Transalpin. Fast noch ein bisschen anspruchsvoller, weil man alleine läuft. Und weil es also durch die Kürze der Veranstaltung, also es sind halt nur vier Tage und nicht acht, geht es also ordentlich zur Sache. Vom Tempo her, es ist höchst anspruchsvoll. Also wirklich nur sehr trainierten Läufern zu empfehlen. Und es ist für alle eine Herausforderung, das zu schaffen. Und ich denke, wir treffen uns nächstes Jahr in größerer Teilnehmerzahl hier alle wieder. Und es war also ein sehr schönes Erlebnis. Mir hat es auch gefallen. Das Eier habe ich mir redlich verdient. Schmeckt auch sehr lecker. Das erste Bier seit fünf Tagen mindestens. Und ja, war schön, gigantisch. Zum Ende hin immer besser. Ach übrigens, ich bin Matthias de Bacher. Machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So this will be the last creeping for this first stage of the Salomon 4 Trails. Tried to decide what was wrong or right, standing here again, awaiting the dawning night. Darkness, is it not the need of light? And your soul will bawl, when you have to say goodbye, everything should be so clear, but it is still confused inside. Standing here again, awaiting the dawning night. I'm just here, old and still confused inside. I'm just here, old and still confused inside. Pictures running through my head, sense making a memory. Just holding in my hands, and thinking about my destiny. I remember all the sun that I've got, and all the sun that I could not give. Standing here again, just awaiting the dawning night. 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 Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.